Das Mammutprojekt in Laubusch ist so gut wie fertig. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist die ehemalige Mittelschule am Markt kaum wiederzuerkennen. Dach und Fassade wurden komplett überarbeitet und auch im Innern wurde das Gebäude grundlegend auf Vordermann gebracht. Mit Start des neuen Schuljahres am Montag hat es somit seine neue Funktion als Grundschule aufgenommen. Die neugierigen Grundschüler konnten ihren neuen Lernort bestaunen und waren bei der Eröffnung durch Bürgermeister Frank Lehmann und Direktorin Monika Simmank mit dabei. Der Bau begann im Oktober 2019 mit ersten Sachen wie Entkernung, Abbrucharbeiten etc. und zog sich jetzt circa zwei Jahre hin. Wir werden also noch die Restarbeiten im September jetzt sehen. Das ist einfach so, wir brauchen noch einige wenige Wochen. Bis jetzt ist die Schule aber schon in einem sehr guten Zustand. Der Unterricht läuft, und ein großer Teil der zukunftssicheren Ausstattung ist bereits vorhanden. Tafeln mit Kreide sucht man hier nämlich vergeblich. Wir haben hier die Möglichkeit genutzt, auch durch verschiedene Förderprogramme rund um Digitalpakt Sachsen und weitere Förderprogramme, die wir dort nutzen konnten. Und diese Schule konnten wir voll digitalisieren. Das heißt, in jedem pädagogischen Fachraum befinden sich digitale Anzeigeräte, sprich interaktive Tafeln. Und wir schaffen auch digitale Endgeräte dann im Weiteren auch noch an, um in der Tat den Schülern Medien, digitale Medien sehr früh nahe zu bringen und lernen und das Digitale miteinander zu verbinden. Die neuen digitalen Hilfsmittel sollen dabei vor allem den regulären Stoff noch einfacher und verständlicher vermitteln können. Weitere Endgeräte und auch flächendeckendes WLAN sollen noch folgen. Dass das noch einmal in dem historischen Gebäude Wirklichkeit wird, ist schon etwas ganz Besonderes. Ursprünglich wurde die damalige Mittelschule im Oktober 1923 eingeweiht, stand aber jetzt schon seit vielen Jahren leer. Aufgrund der besseren Lage, der besseren Grundsubstanz und auch zahlreichen Befürwortern entschied man sich seitens der Stadt und der Gemeinde Elsterheide als kommunale Schulträger, den Standort in der Siedlung schließlich zu verlassen und auf den Markt zu verlagern. Auch die Kosten dürften eine wichtige Rolle gespielt haben. Zwar werden diese von den ursprünglich angesetzten 8,3 Millionen auf voraussichtlich ca. 10 Millionen Euro ansteigen. Es wurden aber viele Fördertöpfe in Anspruch genommen, mit welchen nicht nur die Sanierung, sondern auch die Digitalisierung mitfinanziert wurde. Jeweils lediglich rund 1,3 Millionen Euro tragen die Stadt Lauter und die Gemeinde Elsterheide im Rahmen des interkommunalen Projektes. Die Ausstattung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wir werden ca. 175 Schüler jetzt in der Schule haben im neuen Schuljahr. Der Hort, wie gesagt, der ja angelagert ist, hat dann eine Kapazität von 163. Wir können also nahezu 100 Prozent auch im Hort betreuen. Es wird ja auch der Hort sehr stark wahrgenommen. Die Grundschule ist zweizügig. Das heißt, wir haben also acht Klassen und zur durchschnittlichen Besetzung der Klassen etwa 20, 22 Schüler. Im Durchschnitt können Sie ja auch so ausrechnen. Am Ende kommen Sie dann auf diese Größenordnung. Die Schüler kommen aus dem gesamten Stadtgebiet Lauter, weil wir haben einen gemeinsamen Schulbezirk und aus acht der neuen Ortstelle der Gemeinde Elsterheide. Lediglich der Ortstelle Saborot wird an einer anderen Grundschule, nämlich der in Burg Neudorf in der Gemeinde Spreetal beschult. Alle anderen Kinder haben ihren Schulbezirk an der Grundschule Laubusch. Da ist es fest, Laubusch. Und für Lauter, für das ganze Stadtgebiet, können die Eltern hier mit ihren Kindern wählen, dem Grunde nach, welchen Schulstandort sie sich aussuchen. Allerdings behalten wir uns als Schulträger im Zweifel vor, dann, falls es jetzt ein Ungleichgewicht geben würde, zur Copyschule in Lauter Süd, dann gegebenenfalls auch zu steuern. Das kriegt man aber hin. Das hat in den letzten Jahren auch gut geklappt, damit wir beide Grundschulen etwa auch gleich auslasten. Die Anreise erfolgt wie gewohnt mit Fahrrad, Auto oder mit dem Bus. Die Haltestelle dafür soll nach finalem Abschluss aller Arbeiten dann noch unter dem Namen Laubusch Kolonie vor der evangelischen Kirche aufgestellt werden. Laut Bürgermeister Frank Lehmann sollen sich die letzten Schritte noch ein paar Wochen hinziehen. Betroffen sind insbesondere die Außenbereiche und auch der Keller. Dennoch, in dieser kurzen Zeit ist viel geschehen, die Schule ist komplett barrierefrei und entsprechend der Denkmalschutzbestimmungen saniert worden. Die gesamte erste Woche über gibt es immer wieder kleine Feiern und Veranstaltungen. Höhepunkt ist am kommenden Sonntag mit der Einweihungsfeier auf dem Markt für Jedermann.